Grüße und Prost! Ja, nöch hier meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren ARC-Folge. Ja, spontane Aufnahme, eigentlich sind wir gerade dabei hier so ein bisschen rumzuschleichen. Haben nebenbei ein paar Sachen gezähmt, das werden wir euch gleich zeigen. Und jetzt ist ein 135 Rex dran. Na stopp, 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 stopp. Ich sehe zwei Mikroraptoren, das würde nach hinten losgehen. Wir können uns nicht bewegen und er kann snacken. Ist da bitte mal in die Mikroraptoren, der Arsch? Und statt in den Käfer? Die Mikroraptoren. Die Mikroraptoren. Er musste die Mikroraptoren beißen, ansonsten macht er aber nicht. Komm hierher, putt, 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 komm. Hm. Oh ja. Ja, komm. Gerade wo wir die Aufnahme wieder gestartet haben. Der arg lasst sich das Ganze. Er hat die Schlange gesehen. Ja, dieser kack-verkackte Mikroraptor. Oh Gott. Ganz Leistung. Aber theoretisch könnte er uns nicht treffen. Wenn man sein... Okay, leck mich schon. Beschütze er mich. Beschütze er mich. Ja? Der Mikroraptor muss jetzt kommen. Komm her, du dumme Sau. Dumme Sau. Okay, dann ich zuerst. Hab gewonnen, hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Vorsehen, hier kommt Bodenpersonal. Dopp. Nein, meine Pieke. Ich hab keine Pieke mehr. Ich hab keine Pieke mehr. Und Skopionen? Wie jetzt? Hast du nicht so ein... Wiederverwertbarer? Ja, schon. Was mach ich jetzt? Oh mein Gott. Ich hab auch kein mehr. Okay, ich werde alle betäuben. Los! Hinten ran! Ich lenk's ab. Hi, Karamba. Oh, ist... Das hab ich dackig gemacht. Dumme Sau. Jaja, das geht relativ schnell. So, du hast Spaß. Ich werde gucken. Der ist bei... Oh Gott, vier. Halb Leben. Autsch. Ich muss kurz weg. Ich bin tot. Fast. Dann renn weg, renn weg, renn weg. Sieben von 13. Ja, renn weg. Ich zieh ihn mit. Renn zu den Felsen. Renn zu den Felsen. Links lang. Warum links lang? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn du renn einfach nicht, dass da aber dein nächster Rex wohnt. Scheiße. Boah, du sollst fressen. Weib. So. Macht der so Aua-Schaden, Mann, die Sau. Nahkampf. Oh, dann drehe ich mich eben auf Nahkampf. Oh, jetzt komm ich hier nicht hoch. Ah! Ja, haha. Ihr habt Hunger. Ihr habt Hunger. Ihr habt Hunger. Wir müssen uns ein bisschen hochheilen. Immer nur im Kreis bewegen, weil ich hab da irgendwo Klauratten gesehen. Da, wo du gerade rennst. Na, hast du Bock auf Gali? Hast du doch gerade gekickt, hä? 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 Oh Gott, diese scheiß Flammerkerzen. Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Man kann ihn nicht bolern. Was kommst du zu mir, was? Ja, nehm ich, bring ich was mit? Oh Gott. Ähm. Na, okay, das Leben war gerade voll... Okay, er geht weg. Entschuldigung. Oh, da sind Raptoren rechts, aufpassen. Okay, ja, hab ich gesehen, er kommt wieder. Ja, ich bin aber noch total unten. Mit meinem Leben. Er hat Bock auf ein Kampfzeug. Aber wie kann er denn treffen? Ja, Reichweite, die er damage, die damage teilen. Eigentlich kann er nicht treffen, wenn du an den Füßen hängst. Gibt's nicht mit dir. Ähm. Was passiert denn jetzt? Tschüss. Was passiert denn jetzt? Hallo, kommst du mal wieder zurück? Er kommt wieder. Pass auf die Klau-Ratten da auf. Ich würde da mal weg gehen, ich komme gerade. Oh Gott. Gott sei Dank habe ich mich auf Stamina gelevelt. Er mag mich. Ja, ja, Gott sei Dank. Wie weit bist du denn mit deinem Level? Mit meinem Leben? Immer noch für'n Arsch. Bin bei 290 gleich. Von 1800. Äh, ja. Ein Baby, Raptor. Lecko mio. Oh nein. Klauteile. Ich muss weg. Raptor, Raptor. Kali, ich brauche deine Hilfe. Komm. Ich komm. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin fast tot. Ich bin 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 tot. Boah. Oh mein Gott, hab ich einen Herzinfarkt hier. Äh. Was habt ihr mir geklaut, ihr kleinen Scheiße? Wieso kann man den Raptor nicht hier annehmen? Oh scheiße, weil da ein anderer ist. Ich bin tot. Guck was du. Rette mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Ich bin auch tot. Das war, glaub ich, die Mami. Ey, der, der ist... Ich brauch dich hier, ne? Du musst kommen. Ja, ich sprang grad im Bettchen. Ja, was machst du denn da? Der, ähm. Bring was zu essen mit. Ahahaha. Herzkeks. Ich muss erst mal meinen Scheiß einsammeln. Du hast übrigens den Raptor, der Dings geschafft zu bekommen, ne? Welchen? Der sitzt jetzt auf meiner Schulter. Welcher Raptor? Mann, dein Ratte. Hä? Wie denn bitte? Ja, die Ratte sitzt jetzt auf meiner Schulter. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Wie geht das denn? Ich kann hier nichts machen. Die Raptoren stehen da, wo ich gestorben bin. Ich bin fast tot, ich muss. Ich bin fast tot, ich muss. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Okay, ich seh dich. Okay, ich seh die Punkte, meinte ich. Der ist betäubt, der ist betäubt. Was für ein Level. 100, 130. Wir gönnen dir. Oh, scheiße, ich hab Prime. Du müsstest eher zu mir kommen, den Rex bisschen runter kloppen und ich passe zu lange auf den Raptor auf, oder was du da hinten gezähmt hast. Raptor. Aber hier rennt noch ein Baby-Raptor rum. Müsst du. Weil der, der sinkt gerade. Und du bist diejenige mit vollem Leben. Okay. Knüppel. Knüppel. Wo bist du? Hier oben auf diesen Felsen. Ja, ich glaub ich, ja, ja, äh, oh Gott, bist du schnell. Rechts von dir. Hier oben. Ja. Der ist dahinter. Okay, ich geh außen rum. Ich hoffe, es ist kein Fehler, außen rum zu gehen. Wie viel hat denn der noch? Äh, der ist bei 6,6 und der braucht 13,1. Also nur noch. 6,6. Komm, mach weiter. 8,3, 9, 10. Er wird rennen. Ne, er wird noch nicht rennen. 10, du brauchst nur 3, komm, du schlägst gut. Taka, taka. Mach. Du triffst ihn nicht. Ich komm nicht hoch. Gott sei Dank bin ich hier oben. Ich geh hinterher. Der rennt ja eh weg. Ja, ich kann hier rumlaufen. Wie läuft der denn? Naja, ist er wenigstens safe da oben. Man trifft ihn aber auch nicht. Wenn er wegrennt. Ich bin da. Übernehmen. Er ist fast betäubt. Noch ein bisschen, noch ein Schlag. Ja. Du bist weg mit deinem Teil. Du bist weg mit deinem Teil. Ja, ja, bin weg, bin weg, bin weg. Die brauchen Prime. Ich hab kein Prime. Äh, warte. Hier. Da und da. Was ist mit dem Raubvogel hier hinten? Der ist gezähmt. Ey. Ja, damit. Wo ist er? Was hab ich gesagt? 130. 130, ja, hier. Hier rennt aber irgendwo ein Baby rum. Genauso. Das wird jetzt über alle Berge sein, oder? Du findest es noch irgendwo. Oh, aber die sind sauschnell. Ja. Boah, ich hab Herzschlag bei mir. Ha. Benagt. Da. Da ist es. Schnapp's dir. Ja, hab ich. Geil. Wir brauchen Fleisch. Den kleinen. Ich komme. Baby Volk. Der Raptor kommt auch. Der müsste ja Fleisch drin haben. Ja, bleib stehen. Oh, und sie rennt weg. Und ich bin raus aus dem Winter. Ist das schon wieder ein Männchen? Was? Das auch. Ich bin auch. Okay. Geht doch. Ganz schön chaotisch, aber wir haben es geschafft. Alles Männchen? Alles Männchen. Unsere drei Raptoren, vier Raptoren sind jetzt alles Männchen. Na, eigentlich aber mal ein Raptor mit ein bisschen mehr Wums Bums. Ja. Änderst du von dem hier noch, machst du 130 draus? Ja, wenn du nicht rennst. Nee. So. Entschuldigung. Ich hab echt gekackt. Sehr schön. Mhm. So. Eigentlich dürfte dem Rex nichts passieren. Eigentlich nicht, aber ich muss mal ganz kurz näher rein. Nee, man sieht nix. 98. Na gut, okay. Na dann rein mit denen in die Bude. Ähm, Entschuldigung. Weil denn seine Kreise nähern sich unseren hier. Schwimmt, 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 schwimmt. Oh, meinst du den Rex da hinten? Ja, der kommt glaube ich auf dich zu, so ein bisschen. Grün, ne? Ja. Ja. Na, den Bödel müsste ich schaffen. Im Notfall. Brrrr. Ich glaub, es wird heiß. Wo ist ein Bibi? Gut, wenn er da hinten noch die Kreise zieht, kann es mir ja egal sein. Der geht wieder weg. Ich muss mich verarschen. Ach, da ist Bibi. Ach du Scheiße, da ist auch noch ein Rex? Oh Gott, ich... Okay, den hab ich nicht gesehen. Ich dachte, du meinst den anderen. Weil der andere auch grün ist. Wie kann man denn so sagen denn? Oh mein Gott, hast du mich grad erschrocken. Der hängt hier echt am Dings fest. Ich rette dich, Bibi. Fühlst du mich verarschen? Denkst du nicht fest? Ich klopp hier am Felsen rum. Komm jetzt. Du findest wohl. Da hat man eigentlich auch einen Känguru ziehen. Wir haben Pilze. Ich glaub, wir haben das Beste, was wir überhaupt haben können. Erstmal einen Rex. Und das noch mit einem guten Level. Ja. Ja. Kommt da rein? Die Begeisterung pur. Kommt da rein? Und es ist ein Weibchen. Echt? Wow. Mal was weibliches. Nein, kein Rainer. Oh Scheiße, es ist warm. Ja. Aber ich glaub, das sollte nichts abziehen. Doch. Oh nein. Warum brauchen die alle Seide? Klamotten? Ja. Leider sind sie so. Ich hab... Ich... Ach doch nicht. Warte mal. Zieht es mir jetzt was ab? Ich bin ja gelevelt jetzt. Mit 260, das müsste ja reichen. Soll ich mit Verstärkung kommen? Ja, kommt, vorsichtshalber. Wenn hier irgendwas rumschleicht. Oder Mikroraptoren. Mist. Ähm, ja. Wo haben wir die denn? Ja. Ja, siehste. Das meint die hier mit den scheiß Klamotten. Wo sind die denn? Okay, ich glaub, ich bin es gut gelevelt. Von der Ressus Trunks. Wir brauchen nämlich... Wie heißt das jetzt? Dingsbums. Ne? Dingsbums. Ja. Ah, hier hab ich's doch. Ne, ist klar. So, der Rex läuft da hinten rum. Kannst du mich verarschen? Was fehlt denn? Ich graue mich vor dem Sommer. Ah. Die Klamotten nur in der Werkbank, ne? Reparieren. Äh, ja. Wie fehlt dir denn alles? Na, Mädel, dich haben wir vermöbelt, ey. Nur mit nem Knüppel, ey. Es geht voran, so muss das. Wieso ist meine... Wieso ist denn die Picke halt? Pass auf. Und dann machen wir nach der Aufnahme-Session den Server aus. Und dann... Alles wieder von vorne. Ja. Feier. Mach dir auch ein Metall-Dings. Ja. Ja. Aber deine Klamotten kann ich leider nicht reparieren. Das kannst du nur in der Werkbank machen. So. Dingsn das. Es ist Hitze. Und jetzt könnte man eigentlich ein Phönix fangen gehen. Aber das geht ja nicht. Später. Später. Oh. Was willst du denn, du kleiner Scheißer? Spazieren gehen. Echt? Können wir das hier machen? Guck mal. Und dann rennen wir wieder nach unten. Siehst du? Und dann rennen wir wieder nach oben. So. Einmal fressen und dann ist sie fertig. Ja. So schnell kann's gehen. Komm schon. Jetzt wieder rein mit dir hier. Spitz wohl. 125. Sie bekommt. 61 Level dazu. I'm coming. Ich würde gleich diesen Riesenfisch. Der triggert mich. Komm her. Er ist in der Luft gestorben. Wer der Fisch? Ja. Ist das dann ein... Flugfisch? Thunfisch. Flugfisch? Kein Thunfisch. Im Raptor. Oh, danke. Mama oder... Papa oder Kind? Ah, Papa, ne. Mit Kind bin ich grad noch kurz spazieren gegangen. Okay. Das ist Papa. Weck die Lager. Da vorne... Da oben müsste irgendwo ein Rex rumlaufen, aber Level 15. Also hier wird mir warm, ne? Ja, ist auch Wüste. Wir haben noch nicht die richtigen Klamotten. Doch, das sind die Klamotten. Okay. Dann sind wir hier noch nicht gut gelevelt. Ja. Ich hab immer noch einen Sonnenstich. Guck dich so. Guck dich so. Sehr arg lastig, das Ganze. Oh ja, mit Knöpfe niedergemäht. Aber hat aber auch schon over her. Mach die dumme Sau. Oh ho 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 ho. Ja. Ich hab auch den perfekten Namen für sie. Man hätte sich auch Pfeile machen können. Narkotikpfeile. Ah. Okay. Momentchen. Was denn jetzt? Guckst du, ob da ein Bibi ist? Nein. Ein Känguru, was... Wegrennt? Schnell wegrennt. Vielleicht ist da irgendwo ein Sommerschlussverkauf bei diesem Wetter. Sollte man gucken, dass nicht das Vieh hinterher jagt. Knuspert ganz schön, ne? Kann das sein? Kann ich auch? So die Hitze? Nö. Bei mir knuspert's. Ja, doch schon. Das hört sich ein bisschen an wie leichte Krähengeziepe. Ich sag dir, das wird eine gesunde Bräune. Ach, das wird durchgekocht. Hier ist es. Mein Gott. Brauche ich mal jetzt. Level 125. Guten Tag. Hinter den Felsen habe ich gerade irgendwas leicht bläuliches gesehen. Geradezu. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wurm war oder ob es ein Arsch vom Rex war. Rechts von dir. Dann hinterm Felsen. Dahinter auf jeden Fall. Irgendwo. Da hinten ist der Rex. Na komm mal mit. 186. Ist aber nicht unser bestes Vieh, ne? Äh. Ist eigentlich der Raptor, wo du drauf sitzt. 130, ja. Mhm. Ist Klau-Ratte. Oh Gott, stimmt. Die habe ich auf der Schulter noch. Hat die eigentlich was zu futtern? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also die hat ja... Also ich habe sie nicht gezähmt. Du musst sie gezähmt haben. Aber was hat... Du musst irgendwas auf dem Nuller-Slot gehabt haben. Äh. Äh. Ähm. Ähm. Kakteen. Ich doch aber auch. Und das hat es mir geklaut. Aber es ist nie was passiert. Oh, warte. Was bist du? Greif dein Ziel an. Naja. Neu-3, ne? Auf jeden Fall groß. Normales Kippel. Was ist denn bitte normales Kippel? Renate! Renate die Granate, ey. Ey, da ist eine Katze. Sieht schick aus. Ist aber der Welt zwanzig. Die kill ich. Die ist auf unserer Seite. Hab doch gesagt, der Frosche mal jetzt. Ich muss mich hier räuspern, sonst hört es sich. Sonst hört es sich halt so an. Wenn ich es nicht tue. So erstmal alles auf Leben hier. Könnte man eigentlich die Pfeile mopsen? Ja, auf jeden Fall. So, dann wollen wir bei einer Rex-Satte gucken. Oh lalalala. Rex. Macht man das nicht in der Bergbank? Glaube ja. Rex. Ich knüppel hier unten bei mir drin. Ich kann Rex-Satte noch nicht machen. Ich bin noch nicht Level 74. 70. Willi. Ich bin 67. Er läuft schon. 70. Aber jetzt könnten wir... Was konnte ich nicht machen? Wo ich gesagt habe, ich muss bis 2 und... 2 und... Naja, 2 und Dingsbums. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ein Traptor-Sattel. War das nicht Traptor-Sattel? Neee. Haben wir doch. Traptor-Sattel. Kommst du überhaupt an das Essen ran? Ja, sie kommt an die Fressschüsse ran. Die Renade. Ne, warte. Ich guck... Ich guck gleich, ich guck gleich mal hier in diese... Was war... zwei und... Ja! Ja, scheiß... Was, was ist denn jetzt passiert? Ja! Ja, 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 ja! Was? Mh, mh, mh! Appetit, Stella! Damit die schneller essen. Ah, okay. Ach, mach doch. Wundert nur gucken. Der macht super wundert. Scheiße, wie geil. Ach, dieser... Cool. So, wir brauchen Pfeile. Sammeln mal die Pfeile ein. Uh, ein Vieh hat auch noch Pfeile. Hat noch irgendjemand Pfeile? Äh, musst du mal in der... im Schrank gucken. Dann brauchen wir wenigstens kein... Nein! Was ziehst du das denn da rein? Dann brauchen wir wenigstens keine Dingsbums machen. Hier, äh, Pfeile. Äh... Augejuckt. So... Das... Ah! Warte mal mit. Irgendjemanden habe ich doch gerade ein bisschen Fische knabbert hier. Das machst du doch. Komm her. Ah ja, ähm, hier seht ihr übrigens, die haben wir... die beiden Pepper und Carlos haben wir, ähm, voll vergessen gerade zu erklären. Haben wir, äh, auch gerade mit einem Knüppel geholt und... Geknüppelt, die Schweine. Ja. Sind auf jeden Fall 140 und 135. Nee, Pepper ist das Beste, was wir haben. Mit 140 als Anfangslevel. Ja. Und dann kommt Carlos. Aha. Also, ist Granate die... Renate die Granate doch nicht die Beste? Beste? Äh... Nun, du gut. Granate? Ja, Renate. Und zwar Rex. Mhm. Gut, meine Lieben, aber ich würde sagen, ich werde hier ein Folgenpäuschen machen. Oh nein. Oh nein, sie tut's schon wieder. Was? Sie macht einfach Folgenpäuschens. Wieso? Mein Gott, weil du es tust. Ich glaube, die Kali hat einen Sockenzuschuss, ich sage jedenfalls, danke fürs Zusehen Und tschö mit Öl. Tschö.